Willkommen bei einer weiteren Ausgabe von Natur Objektiv. Es geht immer noch um das brisante Thema, warum gehen wir eigentlich fremd, also die Untreue in langdauernden Beziehungen. Wir haben uns das letzte Mal über die Grundbedingtheiten von Paarbindungsverhalten und den Grundlagen beschäftigt, die überhaupt dazu führen, dass wir Beziehungen eingehen, welche Universalien der Mensch hier an den Tag legt. Und heute werden wir uns mit Paarbindungsproblemen beschäftigen und das nächste Mal dann übergehen zu den Faktoren, die zum Leidenschafts- oder zum Begehrensverlust in langdauernden Beziehungen führen. Also dranbleiben, gleich geht es weiter. Also es beschäftigt uns immer noch das Thema, warum gehen wir eigentlich fremd. Und das letzte Mal, also im ersten Teil dieser Serie, habe ich mich mit einigen Universalien und Grundbedingtheiten beschäftigt, die wir Menschen überhaupt zur Kenntnis nehmen müssen, wenn wir über unser Paarbindungsverhalten nachdenken. Ich habe zuerst einmal erklärt und gezeigt, dass die Monogamie keine natürliche Paarbindungsform für uns Menschen ist. Das wäre eher eine oligogame, also einige Beziehungen umfassende Grundstruktur der Paarbindungsbildung mit promiskuitiven Zügen, also mit Abwechslungselementen. Das zweite ist, dass wir eine generalisierte Sexualität haben, unsere Verwandtschaft und Nähe zu dem Bonobos können wir da nicht verleugnen. Wir haben von relativ jungen Jahren an bis ins hohe Alter Sexualbedürfnisse und zwar sehr umfassende, die sich in Form von erotischer Grundhaltung eigentlich durch unser ganzes Leben durchzieht. Wir haben auch keine Brumpfzeiten mehr. Es interessiert uns Sexualität eigentlich immer und jederzeit. Und dann haben wir als dritten Faktor genannt, die unser Abwechslungsbedürfnis, die Kulturation, die die Abwandlung von einzelnen Motivationen bedeutet und so natürlich auch vor der Sexualität und der Paarbindung nicht Halt gemacht hat. Und der vierte Punkt, ganz wichtig, ist die Bindung. Wir sind soziale Wesen und wir wollen uns binden. Und das ist das, was uns ja auch in einer Beziehung, also in monogamen Beziehungen, in ein Ehen durchaus hält und was wir dort als eine gewisse Idylle, als eine Romantik und als eine Annehmlichkeit erleben. Und heute habe ich vor, mit euch einmal die Paarbindungsprobleme zu besprechen, die uns Menschen so im großen Durchschnitt begegnen, wenn wir einmal eine Beziehung eingegangen haben, wenn es also einmal eine Zweierbeziehung gibt und wenn die Beziehung anzulaufen beginnt. Welche Probleme sich da im Laufe der Zeit ergeben und entwickeln, die werden wir heute besprechen. Es wird um Abstoßungsreaktionen gehen, es wird um das Rhythmusproblem gehen, es wird um das Abgrenzungsproblem gehen, um die Erwartungshaltung, die auch mit der Übereinstimmung von Lebensgrundsätzen zu tun hat und schließlich dann die Leidenschaftshemmung, die uns dann in der nächsten Sendung noch im Detail beschäftigen wird. Die Leidenschaftshemmung, die dann sehr oft in Richtung einer Krise, in einer Beziehung führt. Also wir gehen sie jetzt analytisch an, so wie immer, und arbeiten einen Punkt nach dem anderen ab. Der Moment des gemeinsamen Einverständnisses, wenn also bei einem Rendezvous oder nach einigen Treffen sich beide Partner einig sind, dass sie eine intime Beziehung eingehen wollen und wenn eigentlich die Verliebtheit beginnt, also die ganze wunderbare Zeit der rosa-roten Brille, dann kann schon ganz am Anfang ein Problem einsetzen, das ich Abstoßung nennen möchte. Und zwar dieses Problem der Abstoßung hat meistens sehr tiefliegende Gründe. Viele kennen die Situation, sie lernen jemanden kennen, es gibt dann eben das gemeinsame Einverständnis, man wird intim, es kommt zum ersten Geschlechtsverkehr und nach einem oder wenigen Treffen ganz plötzlich, wie aus heiterem Himmel, setzt sich eine Krise durch, die meistens der Gestalt erfolgt, dass sich der andere entweder gar nicht mehr meldet oder relativ schnell und schroff die Beziehung beendet und der andere bleibt zurück mit einem völligen Unverständnis und weiß nicht, was passiert ist. Das ist das Phänomen der Abstoßung. Meistens passiert das dann, wenn im Auslösespektrum, das wir ja brauchen, um einen anderen überhaupt attraktiv zu finden und sich ihm anzunähern, wenn in diesem Auslösespektrum irgendeiner der Auslöser während des ersten Intimkontaktes total enttäuscht wurde, dann kommt es zur Abstoßung. Die Dinge liegen aber meistens im Bereich von Peinlichkeiten, wie zum Beispiel von Geruchs- oder Geschmacksunverträglichkeiten. Wenn der Intimgeruch, der Intimgeschmack überhaupt nicht übereinstimmt und einem ins eigene Auslösespektrum passt, dann kommt es zu dieser Situation, dass man eigentlich geneigt ist, die Beziehung gar nicht fortzuführen, aber nicht recht weiß, wie man nun begründen soll, dass man die Beziehung nicht mehr fortsetzen soll. Schließlich ist es ja, wie ich schon sagte, sehr peinlich, man kann einen anderen ja nicht auf irgendwelche geruchlichen Unstimmigkeiten aufmerksam machen. Da das Ganze auch nichts mit Hygiene zu tun hat, sondern eine sehr tiefliegende Sache ist, die eigentlich evolutiv sehr weit zurückliegt, also die olfaktorische Abstoßung, ist es eben oft so, dass die Beziehungen beendet werden. Es hat übrigens Manfred Milinski, ein Evolutionsbiologe, ein hochinteressantes Experiment angestellt. Er hat Männern T-Shirts anziehen lassen, die sie eine Weile tragen mussten über Nacht, hat die dann in Schachteln gesteckt und eine große Probandinnengruppe an Frauen an diesen T-Shirts schnuppern lassen. Und ohne die Männer überhaupt zu kennen, also irgendwelche näheren Aussagen über ihren Charakter, über ihr Aussehen treffen zu können, war es ihnen trotzdem möglich, relativ strikt kundzutun, ob ein Geruch angenehm ist, also sie ein Date akzeptiert hätten, oder ob sie völlig abgestoßen waren und keinen Kontakt wollten. Es ist also offensichtlich so, dass der Geruch hier eine ganz wichtige Rolle spielt, und man hat sogar herausgefunden, dass es mit der Ähnlichkeit des Immunsystems zu tun hat, weil das Immunsystem, wenn es sehr ähnlich ist und man dann Kinder bekommt, kann es sein, dass gewisse Spektren der Abwehr nicht abgedeckt sind. Also man sucht unbewusst, in dem Fall ist das von der Evolution offenbar herausgemendert, man sucht unbewusst nach einem Partner, der vom Immunsystem unähnlich zu einem selber ist und das drückt sich über die geruchliche Situation aus, also ein Geruch, der einem angenehm ist, ist mit großer Wahrscheinlichkeit mit einem fremdartigen Immunsystem verbunden. Und diese tiefliegenden Dinge können schon am Anfang einer Beziehung sehr, sehr problematisch werden und zu dieser oft sehr mysteriös empfundenen Abstoßungsreaktion führen, wo man eigentlich auch nie wirklich herauskriegt, warum die Beziehung, die so hoffnungsvoll begonnen hat, ganz plötzlich zerplatzt, wie eine Seifenblase. Wenn eine Beziehung dann schon eine Weile dauert, dann kommen eine Reihe anderer Problemkreise zum Tragen, die ebenfalls Beziehungen verbittern können, wenn man keinen Modus findet, wo man sich einander annähern kann. Es ist ja so, dass die erste Verliebtheitsphase, wir werden auch in einer weiteren Ausgabe, die einzelnen Phasen der Paarbindung noch durchgehen, das ist auch recht interessant, aber es ist klar, dass die erste Phase, die unter dem Eindruck von ganz besonderen Endorphinausschüttungen steht, eben diese rosarote Brille, über die man immer wieder spricht und die das Verliebtsein charakterisiert, dass genau während dieser Phase und in dieser ersten Phase natürlich ein extrem hohes Toleranzpotenzial vorhanden ist. Man nimmt den anderen überwiegend positiv dar und er kann fast nichts anstellen, das negativ ist. Wenn, wie gesagt, diese erste Phase, wo eine Abstoßung noch möglich ist, einmal überwunden ist, dann geht sozusagen die Kurve nach oben und es gibt eine sehr, sehr positive, angenehme, prosperierende Phase der gegenseitigen Paarbindung, in der besteht auch überhaupt kein Interesse an Außenbeziehungen, das wird regelrecht ausgeblendet und ist auch nicht nötig, weil nämlich dieses ganze Phenylalanin-System im Gehirn, das Dopamin, Vasopressin, Oxytocin, alle diese Liebeshormone voll entfaltet sind und sich auch voll durch den anderen auslösen lassen. Und eine der etwas später dann schon im Alltag einer Beziehung auftretenden Probleme ist das sogenannte Rhythmusproblem. Beim Rhythmusproblem handelt es sich auch um ein relativ tief liegendes Problem, nämlich die unterschiedlichen Rhythmen, wie man das Tagwerk beginnt und beendet. Es gibt Nachtmenschen, es gibt Morgenmenschen, es gibt Menschen, die am Wochenende eigentlich nicht aus den Federn kommen, bis gegen Mittag im Pyjama herumhängen, ihre Kaffeetasse im Bett haben und eigentlich sich pflegen wollen. Und es gibt andere, die die Sonne draußen sehen und um sieben Uhr morgens schon im Wandergewand sind, in die Schuhe steigen und Ausflüge machen wollen. Also es gibt eine ganze Reihe von unterschiedlichen Lebenszugängen. Man kann morgens am besten arbeiten, manche arbeiten abends am besten, manche sogar nachts. Das zu koordinieren, zu akkordieren, Morgenmensch versus Abendmensch ist eine Sache, die auf jede Beziehung zukommt. Es gelingt aber interessanterweise, gerade beim Rhythmusproblem, relativ leicht, einen Modus zu finden, besonders dann, wenn die Beziehung nicht mehr auf diese totale Gleichschaltung aufgebaut ist. Verliebtsein bedeutet ja auch immer, dass man fast alles gleichzeitig und miteinander macht. Sogar Bewegungen werden parallelisiert und gleichgeschaltet betrieben. Wenn diese Phase dann endet, aber immer noch eine starke Leidenschaftsphase existiert, dann kann man dieses Rhythmusproblem in der Regel auch ganz gut lösen. Ein weiteres Problem ist das Abgrenzungsproblem. Das ist schon ein bisschen diffiziler und deutlich schwerer zu lösen und setzt vielen Beziehungen so zu, dass es wirklich bis zur krisenhaften Situation kommt. Es ist das Abgrenzungsproblem. Das bedeutet, welche Individualdistanz und wie viel Individualzeit für mich selber ohne Kontakt zum anderen brauche ich. Und das ist sehr verschieden. Es gibt Menschen, die Nähe den ganzen Tag über aushalten und es gibt Menschen, die Nähe, auch wenn es eine gewünschte Nähe ist, zum geliebten Menschen schon nach ein oder zwei Stunden oder sogar früh unterbrechen müssen und dann Pausen brauchen. Wo also sowohl die Individualdistanz in der Wohnung eine Rolle spielt, als auch überhaupt die Abgrenzung zum anderen, sich ganz woanders hin zu begeben und mit ihm keinen Kontakt zu haben. Telefonatfrequenzen spielen hier auch eine Rolle. Man hört ja immer wieder von Paaren, dass der eine sagt, mein Partner ruft ununterbrochen an, es ist nicht auszuhalten, ich will nicht so oft telefonieren. Andere sagen wieder, er rührt sich nie, er hat sich schon eine Stunde nicht gemeldet. Also die Empfindung über Nähe, das Nähebedürfnis und über Distanzbedürfnis ist extrem verschieden. Und wir haben in unserer Gesellschaft durch diese strikte Monogamie auch eine Situation entwickelt oder ein Gefühl entwickelt, dass man mit dem geliebten Partner sozusagen immer und dauernd zusammen sein müsse und auch zusammen sein können muss, wenn die Liebe wirklich echt wäre. Und das ist natürlich eine Fehlinterpretation, denn vom biologischen Standpunkt hat jeder sein eigenes Abgrenzungsbedürfnis, sein eigenes Bedürfnis mit sich selber zu sein und nicht unbedingt den Kontakt zu haben. Und dazu gehört natürlich Blickkontakt, es gehört auch der Kontakt den anderen nur im Nebenzimmer zu hören, auch das macht viele schon nervös. Diese Dinge kann man nur über Gespräche lösen und über entsprechenden Modus, über eine entsprechende Art damit umzugehen, eben eine Lösungsstrategie zu erarbeiten. Es hat übrigens der bekannte deutsche Paartherapeut, Psychotherapeut Michael Mari, den wir noch mehrfach hören werden und auch in einer der nächsten Sendungen sehr ausführlich hören werden, hat etwas sehr Interessantes formuliert. Er hat gesagt, diese fehlerhafte Paarbindungssituation in unserer heutigen Gesellschaft bringt eine völlig falsche Schoßrichtung mit sich, nämlich das Amephi-Problem. Er nennt das Amephi und das heißt, wir erwarten alles mit einem für immer. Und das führt zu dieser Problematik, dass man denkt, wenn es wahre Liebe ist, müsste der andere immer nur für einen da sein, sollte nicht ausgehen, sollte sich mit niemand anderen unterhalten, muss die Nähe ständig und permanent aushalten. Und das ist biologisch natürlich völlig unlösbar und führt immer wieder zu schweren Konflikten in Beziehungen. Ein weiteres Problem, das auch schon in der etwas fortgeschrittenen Beziehung, die aber durchaus noch leidenschaftlich aktiv ist, auftritt, ist das Erwartungshaltungsproblem. Erwartungshaltungen sind überhaupt ein ganz großer Pferdefuß bei allen Paarbindungsverhalten, denn Liebe wird ja oft eher in einer egoistischen Weise erlebt, wo ich den anderen als Objekt sehe, der sozusagen meine Erwartungen zu erfüllen hätte. Liebe ist aber genau das Gegenteil, es hat ein selbstloses Element, man muss fragen, was möchte der andere, wenn ich ihn liebe, will ich ihn ja unterstützen in seiner Lebensentfaltung und da ist genau das Gegenteil. Also Erwartungshaltungen können vielfältig sein, das sind natürlich Themen der Lebensplanung, der Erwartung, Kinder zu haben, ja oder nein oder wie viele. Die treue Erwartung ist ebenfalls eine solche Erwartungshaltung, die ja dann sehr, sehr oft enttäuscht wird und auch sehr, sehr oft in Probleme führt. Also wir haben im Bereich dieser Erwartungshaltungen eine ganze Fülle von Fehlinterpretationen über das, was Paarbindung oder was unsere Monogamie überhaupt sein kann. Auch darüber hat Michael Mari, der Psychotherapeut aus Deutschland, sehr, sehr fundierte Arbeit geleistet und ich werde einen eigenen Klick diesen Erwartungshaltungsproblemen widmen, weil die unglaublich wichtig sind zum biologischen Verständnis, was uns Menschen so große Probleme macht in unserem Paarbindungsverhalten. Er hat übrigens auch das Buch geschrieben, das ich noch mehrmals erwähnen werde, heute nur eine ganz kurze, die fünf Lügen, die Liebe betreffend von Michael Mari, sehr, sehr empfehlenswert, die werden wir auch extra einmal durchgehen und die fallen hier unter diesen großen Komplex des Erwartungshaltungsproblems und die Erwartungshaltungen sind auch tatsächlich ebenfalls sehr, sehr schwierige Themen, denn wenn es da zu grundlegenden Unterschieden kommt, in der Erwartungshaltung an eine Beziehung, kann diese Beziehung daran natürlich scheitern. Der nächste Problemgleis und der letzte, den wir heute besprechen wollen, das ist die Bekline des Begehrens, also die Leidenschaftshemmung, die interessanterweise in so viele Beziehungen nach einiger Zeit eintritt. Wir erinnern uns, wir haben am Anfang diese Phase der Verliebtheit, da spielt das überhaupt keine Rolle, dann beginnt eine Beziehung alltäglich zu werden, also die erste Problematik der Abstoßung ist schon längst vorbei, die haben wir überwunden, die hat nicht stattgefunden, dann kommen die anderen von mir heute besprochenen Probleme, die Rhythmus Übereinstimmung, Erwartungshaltung und Abgrenzungsproblematik und dergleichen und wenn die Beziehung dann in der Alltäglichkeit schon länger existiert, der Alltag Einzug gehalten hat, man eine Familie gegründet hat und die Erwartungshaltungen auch einigermaßen aufeinander abgestimmt sind, dann bemerken sehr, sehr viele Paare zu ihrem großen Erschrecken, dass auf einmal der Sex eine unglaubliche Flaute er hat. Es beginnt das Begehren abzunehmen und das, was einen früher unglaublich interessiert und fasziniert hat, wird dann zu einer Art Samstags-Nachmittags-Routine oder Sonntag-Vormittags-Routine irgendwann einmal reduziert sich das auf Urlaubserlebnisse und während der übrigen Zeit ist das abgeflaut. Und da die Dinge, dieses Begehren, der Begehrensverlust, die Leidenschaftshemmung, die sich auf so merkwürdige Weise einschleicht, in vielen Paaren ja nicht gleichzeitig passiert, sondern einer noch in einem Ungleichgewichtszustand ist, also einer will noch die sexuellen Begegnungen in voller Intensität, könnte sie auch noch so erleben, der andere kann sie aber nicht mehr herstellen. Und dieses Ungleichgewicht ist eigentlich der überwiegende Teil des Problems, das dann in eine echte Krise führt. Oft auch gelingt mit dem Aufdecken von Untreuereignissen oder zumindest von Ereignissen, die eine solche Untreue bereits wahrscheinlich machen. Es wird dann der Pornografiekonsum in der Regel beim männlichen Partner entdeckt. Es gibt dann Entdeckungen von Flirtversuchen bei Bürokolleginnen und ähnlichem und dann beginnt die eigentliche Krise. Es herrscht Misstrauen, es werden Misstrauensakte und Eifersuchtsakte gesetzt, die sich sehr stark hineinfressen in diese Beziehung und wo dann irgendwann einmal die treue Erwartung in ihren Grundfesten so erschüttert ist, dass viele Paare den Fehler machen, gute und im Prinzip funktionstüchtige Beziehungen nur wegen dieser treue Erwartung zu opfern. Und wir werden uns in der nächsten Folge und in den nächsten Folgen mit einigen Detailproblemen beschäftigen. Wir werden diesen Verlust der Leidenschaftshemmung untersuchen. Wir werden draufkommen, dass es sehr stark mit unserem Inzest Tabu, mit der Inzesthemmung, die auch existiert, aber auf eine andere Weise, wie die meisten glauben, zusammenhängt. Dass es also ein Gewöhnungsproblem ist. Und dann werden wir uns natürlich in weiterer Folge noch mit den Erwartungshaltungsproblemen, also mit den Liebeslügen, die Michael Marius perfekt und auch biologisch fundiert begründet hat, auseinandersetzen. Wenn euch dieses Thema weiter interessiert, dann sage ich noch einmal bitte Kanal abonnieren, bleibt dran, ihr seid dann immer informiert und wisst, was in der nächsten Folge, oder wann die nächste Folge erscheint, nächsten Sonntag, gewohnte Zeit, wieder 16 Uhr, bis dahin, alles Liebe und alles Gute.